ok verstanden hier brauche ich auch wieder meinen du bildern für kann ich da da oben kann ich nicht hoch auch ich glaube ich aber auch nicht nein da ist doch nichts was uns interessieren würde so das heißt wir stellen hier mal eben unsere statu ab wie weit kann ich mit dem weg laufen bis der ist der selbst die geisterknarre jungen ok was bringt mir das jetzt wir gucken mal eben wenn ich jetzt mit dem schalt hier lang springer dann ist nicht darunter springe geht das stimmt ok inwieweit bringt mir das jetzt was weil das ist doch ein aktivierbarer schalter das heißt wenn ich hier runter gehe komme ich dann mit dem richtigen tod auch gar nicht mehr durch ok ich musste hier ein bisschen aus der reichweite bleiben so gut regelt das neben level aufgestiegen fähigkeitspunkt erhalten schön wir können nicht weiter laufen als bis hierhin ich kann hier auch nicht irgendwie noch im zusatz schalter aktivieren oder sowas wenn ich ja jetzt das ganze wieder rückgängig hier mache moment dann geht ja alles zu richtig genau also ich muss ja dann muss ich doch schaffen irgendwas irgendwie zu verstellen oder so damit ich ach nee gar nicht gelogen nicht wenn ich so mache pass auf klar da stellen wir mal kurz den ein hier ab und den anderen hier und schon zack und drüben ist immer offen richtig so klar da komme ich ja so rüber und jetzt muss ich nur noch hier wieder lang jetzt sind wir hier okay schön auf nehm dich das wäre schon fast runter gefallen so komme ich von hier aus denn mit meinem todesgriff natürlich komme ich da dran so erstmal das machen wir erstmal hier klar schiff würde ich sagen so den haben wir den haben wir auch war da nicht noch irgendwo wie komme ich denn wie komme ich denn wie komme ich denn wie komme ich denn ich muss doch irgendwie von hier aus nee das war so nicht geplant na komm den da na komm Junge jetzt so vielleicht können wir das ganze ja so machen wenn ich hier drauf springe nein vollidiot ja das war genau der plan eben genau das war der plan das ding zu nehmen und dann da runter zu fallen nee der plan war gewesen hier irgendwo um die ecke rum ist doch nochmal so eine verderbnis scheiße gewesen da doch eigentlich da ist die wand doch mit absicht und das ist doch mit absicht so schräg damit ich gleich wenn ich dieses teleporter teil habe das so da durchwerfen kann das ist auf der anderen seite ich macht mir wieder viel zu viel mühe für was war ich dann gleich für umsonst bekomme wette machen so gib mir jetzt mein scheiß neues item guck da ist auch noch so ein ding damit ich da irgendwo runter kommen kann ach nee guck mal was wir hier haben ja damit na endlich ja der leerenläufer siehste schon klar ja ja ich weiß wie der leerenläufer funktioniert hau rein so danke so und automatisch habe ich ja sowieso den griff drinnen ist ja zum glück automatisiert ach ja als hätte ich jetzt bock mich und mit euch rum zu klagen noch einer da ja warte hier ja da haben wir wohl die engel schon erledigt gab ja läuft doch und dankeschön und hier direkt unten drunter war die andere kiste was habe ich gefunden verließgarten ja ähm aber wie komme ich da hoch ah so wieder nee das will ich haben richtig aber dann haben wir jetzt auch alles an spielzeug schon ne guck mal hier wir haben die beiden fähigkeiten und da die beiden fähigkeiten schönes Ding schönes Ding schönes Ding komm ich da so jetzt auch wieder hoch ja 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 ist ja wunderbar da drüben war ich auch schon glaube ich oder war ich da auch schon weiß ich gerade gar nicht ob ich da oder kommt man da jetzt rüber indem man da vorne ist so ein Portalding scheiße nein 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 hier so richtig 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 so ähm nein jetzt muss ich den ganzen scheiß nochmal neu machen ja selbst schuld wenn man blöd ist ne muss man halt manche Sachen zweimal machen so und da ist ja Charles wieder unterwegs nein hä wo bin ich gerade gewesen ok dann bleibt der Charles eben hier und der Frederic läuft in den Weg ich bin gerade irgendwie aus dem Level gefallen na komm ja BÄM so also es geht doch und dann kann man jetzt auch wieder per den hier kann ich das Tor so weg machen so wie mache ich das denn weg wieder wie mache ich das denn weg wieder ah ok mit der so wie damals auch mit der ähm ist das Großschreibtaste mit der Umschalttaste Großschreibtaste so so und jetzt wo wir hier drüben sind ja haben wir natürlich direkt wieder Besuch von den kummigen Köpfen oh Junge 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 nicht runterfallen nicht runterfallen wir sind gerade froh dass wir hier oben angekommen sind so was habe ich hier ich habe hier auf jeden Fall auch wieder ja im Kopf 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 ja danke und hier ist wieder oder ah das ist ein Hebel wirklich ja zähl mal yay fuck nein gesperrt wow so wo haben wir denn so und wenn ich jetzt also ich sehe hier unten keinen Schalter aber ich werde es trotzdem probieren Lauf ah ok das ist lustig jetzt bin ich wieder hier drüben wo ich ah ja ah ok ah das macht nicht Sinn das ist eine sehr sehr verzwickte vertrackte Festung welche sich jetzt hinter mir schließen wird weil das voll lustig ist immer gegen welche oh ja toll was bist du nur für eines irgendwas Verderbnismäßiges bist du doch auch hier weißt du was spiel mit meinen Ghoulen fuck you mhm 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 sieht auf jeden Fall aus als würde die nicht so oh fuck da kommen natürlich mehr Ghoulen dann warte mal ich will nur mal eben warte mal warte mal warte mal hier wenn schon Party mit ein paar Weiber war dann richtig ich uuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhu geht es auch weiter aber ich glaube ich muss für das erste nach war oder kann das sein wenn ich lasse das portal halt einfach auf ich werde schon mit kriegen wenn es falsch ist ja ja niederkriegen kannst du vergessen du Idiot das war es schon, ah man das war wui wui die fette Teleport Action Junge es geht hm der Reiter kommt nicht, der Reiter ist und der hat ne ganze ne ganze Fraktion Party Freunde mitgebracht genau, fress die Gegner auf Schweinebande so, was haben wir noch ist das wichtig? ok, damit aktiviere ich auf jeden Fall schon mal das Teil schön hat funktioniert ah jetzt hat er je die Verderbnis für mich entfernt macht er das auch wenn ich das da vorne aktiviere naaaah kommt er die Gesichter so, wo will ich hin, wo will ich hin? auf jeden Fall wollen wir erstmal hier an diesem Dreckspack vorbei ok was ist denn hier? hier haben wir einfach einmal noch so ne vulgere Münze und wir haben hier da komm ich nach oben alles klar ich hör doch schon wieder irgendwas da, Stein KWM Junge es geht? hier rein oder was? jaaa hier unter anderem rein mh mhm mhm her mhm 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 jaaa ist ja kein Problemullulares wenn ihr Party wollt Party können wir machen nehm mal da kannst du folg mal hier auseinander Und nochmal ein paar Gule Das sind halt meine Party-Homie-Gule Du verdorbener Engel Was machst du dir an? So, ich habe hier Das sind zwei, ein Manicum mit zwei Krähen in der Hand Ich habe hier So Und dann der Charles Ja, und was habe ich jetzt davon? Was zur Helle habe ich jetzt davon? Ich wäre doch auch so hingekommen, oder nicht? Wäre ich hier nicht so hingekommen auch? Ach so Weil wir das Ganze so benutzen sollen Dass das hier als Katapult dient Um unsere Statue da raus zu katapultieren Da Deshalb Weil in dem Moment Wenn wir ja wieder zu uns werden Und dann da runterfallen Genau Oder schmeißt der die komplette Statue auch da lang? Wäre natürlich auch nicht schlecht So, der Frederik Der hat es auf jeden Fall schon mal geschafft Und dann jetzt der Charles noch Ja, die heißen jetzt so Ach so Der hat sich automatisch schon zurückgewandelt gehabt Gut Dankeschön